Am dem Shabbat Rosh Chodesh Nisan, also wenn dem ersten Tag vom Monat Nisan ist am Shabbat, oder wenn dem Rosh Chodesh Nisan ist in Mitte der Woche, ist am dem Shabbat vor dem Rosh Chodesh Nisan, lesen wir zusätzlich zu dem Wochenabschnitt auch eine Parashah von dem Torah Parashat HaChodesh. Am dem Shabbat vor dem Parashah, was wir lesen Parashat HaChodesh, lesen wir zusätzlich zu dem Wochenabschnitt auch Parashat Parah. Manche Puskim schreiben, dass diese Parashat Parah ist eine Mitzvah von dem Torah, und deshalb, wenn jemand wohnt in einem Dorf oder einer Stadt ohne Minyan, soll er zu diesem Shabbat kommen, zu dem Platz, wo es Minyan gibt, damit er soll hören, diese Parashah von dem Sefer Torah mit dem Minyan. Nach allen Meinungen gibt es keine Mitzvah auf den Frauen, zu kommen hören Parashat Parah. Wenn man vergessen hat, zu lesen Parashat Parah, und hat man noch nicht Musav gebeten, soll man lesen den Parashat Parah. Hat man schon Musav gebeten, manche Puskim sagen, dass soll man das lesen, wenn man in dem Torah Parashat in dem Mincha gebet. Wenn man das total vergessen hat, manche Puskim sagen, dass obwohl wegen allen anderen vier Parashat, also Parashat Shkalim, Zachor und HaChodesh, lesen wir das nicht in dem nächsten Shabbat. Ausnahmweise Parashat Parah lesen wir das am dem nächsten Shabbat. Also vor dem Lesen von dem Parashat HaChodesh lesen wir den Wochenabschnitt Parashat Parah und Parashat HaChodesh. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.